yo leute hier kai von binäre strategie.de heute meine zweite handelssession binäre option erfolgreich handeln diesmal mit option yard ebenfalls sehr guter broker der chart ist super toll für die hütchen technik für meine hütchen technik echt brutal guter chart ok den anmeldungs link das euch anmelden könnt unten in der beschreibung dann wenn ihr eingeloggt zeit geht ihr auf turbo dann stellt ihr auf eine minute hier könnt ihr auswählen was ihr handeln wollt und hier euren betrag ich handel immer mit 500 hier seht ihr eure prozente die ihr zurück bekommt also die 1 weg streichen gewinnen würdet ihr bei 500 76 prozent von dem 500 euro kriegte gewinn dann zurück hier ist das hütchen nach unten ihr seht 60 sekunden handel ich jetzt meine hütchen strategie das einzige was jetzt bei binäre option braucht ist die strategie dass ihr gewinnt und meine hütchen strategie ist natürlich bombe mit der mache ich richtig fettkohle ihr seht hütchen geht nach unten ich erkläre ich gleich das hütchen hütchen strategie da ist die ablaufzeit 29 sekunden haben wir noch also eine halbe minute wir haben eine minute gemacht und das ziel ist wenn ihr zum beispiel hier nach unten sagt der kurs geht nach unten dass er wirklich in der einen minute unterhalb eurem einsatz wo ihr reingegangen seid drunter halb ist sollte er genau auf der gleichen linie sein bekommt ihr eure euren einsatz zurück ihr seht 880 euro bekomme ich zurück 500 eingesetzt hütchen strategie pur wirklich geil hier brauche ich nicht einmal gedanken linie jetzt machen weil das seht ihr selber hütchen sollte der hier runter gehen also das ist das hütchen hier zum beispiel hätte die einsteigen können nach unten und ihr seht bam geht nach unten ebenfalls hier hütchen nach unten gebildet wieder aufwärts und ich habe gesehen hier nach unten und war drin also ganz wirklich simpel ihr seht in einer minute habe jetzt 380 flocken gemacht mit der hütchen strategie der broker optioniert echt toll für die hütchen strategie der chart mehr brauche ich nicht sagen ihr habt es gesehen meldet euch an bei optioniert traded ebenfalls die hütchen strategie ihr seht hier ist das nächste hütchen hier hätten wir schon wieder reingehen können nach oben wenn man gewinnen gewesen also hütchen sind bombe jungs